Guten Morgen bei der Bundestagswahl gescheitert, im Landtag zerstritten, die Piraten zanken und zoffen sich. Die persönlichen Angriffe, die belegen das Desaster. Es scheint bei den Piraten immer mehr um Personen als um Politik zu gehen. Bei uns im Studio heute Morgen ist der Fraktionsvorsitzende der Piraten im Düsseldorfer Landtag, Joachim Paul. Haben Sie Ihren Laden nicht im Griff? Doch, wir haben den Laden im Griff. Schönen guten Morgen, Herr Ullissen. Wir haben den Laden im Griff. Zoffereien gibt es immer mal in der Politik, das ist ganz klar. Die Bundestagswahl war eine absolut amtliche Klatsche. Daran ist nichts zu beschönigen. Und wenn Sie jetzt sagen, es geht um Personen, genau das haben wir im Bundestagswahl falsch gemacht. Wir haben aus unserem politischen Verständnis heraus Themen statt Köpfe vergessen, dass Wähler auch emotionale Entscheidungen fällen und viel zu sehr vergessen, unsere Themen durch Köpfe zu präsentieren, was ein großer Reibungsverlust ist. Denn unsere Listen in allen Bundesländern waren mit sehr guten Personen besetzt. Und die Köpfe, die Sie in den letzten paar Jahren hatten, die haben Sie gegenseitig abgesägt? Da hat es Reibungsverluste gegeben, speziell im Bundesvorstand. Ja, das ist richtig. Da haben wir einen großen Parteitag vor uns, wo wir uns dann neu ordnen müssen. Und für mich persönlich und auch für unsere Fraktion hier im Landtag und den Landesverband wird ein wesentlicher Aufhänger sein, eine Professionalisierung der Partei. Der Abgeordnete Nico Kern gibt der Fraktionsarbeit eine 6-. Haben Sie keine Autorität? Das ist mit Nico Kern bereits gesprochen. In der Fraktion war die Stimmung sehr gedrückt und manche pulvern eben ihre Erregung raus. Piraten reagieren da auch schon mal emotional. Wir können aber definitiv keine 6- haben, denn wir haben 145 Anträge, 10 Gesetzentwürfe und 309 Anfragen in den ersten anderthalb Jahren im Landtag NRW verarbeitet. So ganz ohne Organisation geht das nicht. Warum haben dann Ihre Landtagsabgeordneten offenbar so ein geringes Selbstbewusstsein? Das ist eine Frage, die müsste man mit den Einzelnen besprechen. Was jetzt auf jeden Fall passiert ist nach der Bundestagswahl, ist ein Schulterschluss unter den 19 Verbliebenen bei uns in der Fraktion. Und wir schauen nach vorne auf die Kommunalwahl. Wir haben unsere Öffnung der Fraktion nach außen in Mitarbeiterbasis vorgestern Abend in einer öffentlichen Fraktionssitzung mit der Parteibasis zum ersten Mal durchgeführt. Wir diskutieren unsere Anträge mit der Parteibasis. Wir machen da einfach weiter. Bei Unternehmen, wo es nicht so gut läuft und man kann nicht sagen, dass es in der Landtagsfraktion der Piraten trotz der ganzen Anträge nun super laufen würde, da sagt man immer, der Fisch stinkt vom Kopf her. Welche Verantwortung haben Sie für das nicht so gute Funktionieren Ihrer Fraktion? Die Piratenfraktion ist nicht so durchstrukturiert, wie andere Fraktionen das sind, wo ein Oberer sagt, das machen wir jetzt, sondern wir versuchen alles basisdemokratisch zu lösen. Das macht es für mich manchmal schwieriger. Ich bin nach außen hin das Gesicht der Fraktion und das Sprachrohr und muss Dinge vertreten und nach innen hinein moderieren. Aber Machtbefugnisse, wie man das aus anderen Parteien kennt, die gibt es bei uns nicht. Von daher kann man an der Stelle nicht vom Kopf sprechen. Aber Macht wächst einem ja auch zu, weil man natürliche Autorität hat, beziehungsweise inhaltlich führend eine Fraktion führt. Mangelt es daran? Es ist so, dass gute Ideen nicht immer so ganz durchdringen. Wir haben da Reibungsverluste. Wir haben Reibungsverluste und wir haben für die nächste Fraktionsklausur uns mal auf die Tagesordnung geschrieben, interne Kommunikationsprobleme zu lösen. Denn eine konsensorientierte Politik, für die wir immer stehen. Wenn es dann eben nicht zum Konsens kommt, haben wir im Unterschied zu den anderen noch die Eigenschaft, dass wir alles auch öffentlich machen, auch die kleinen Streitereien. Die ist nicht von heute auf morgen gelernt. Aber wir arbeiten dran und ich glaube, man macht jeden Fehler nur einmal. Aber Sie hatten ja mal anderthalb Jahre Zeit, aus Ihren Fehlern schon zu lernen. Offenbar, Sie haben die Fraktionsklausur angesprochen. Gibt es da noch einiges zu besprechen? Holen Sie sich einen Mediator, der Ihnen sagt, wie Sie mal vernünftig miteinander reden können? Ja, es gibt Beratung von außen. Das wird es geben bei uns. Das heißt, Sie haben echte Probleme? Nein, das heißt nicht, dass wir echte Probleme haben. Das Problem ist ja, wenn man mit einem anderen über einen bestimmten Punkt diskutiert, entweder auf der persönlichen oder auf der inhaltlichen Sachen, sachlichen Ebene, ist man immer drin. Und es tut immer gut, wenn jemand von außen quasi auf den Prozess als Ganzes guckt. Den kann man ihm selber nicht wahrnehmen, weil man dann drin steckt. Von daher ist das eine gute Sache für alle Organisationsformen, auch wenn man mal keine Probleme hat, mit einem guten Mediator zu arbeiten. Wenn da so rumgetwittert wird, das kann man ja alles gar nicht nachvollziehen. Da heißt es dann, da gibt es so sexuelle Anspielungen. Dann wird über eine Landtagsdebatte gesagt, das sei alles sehr langweilig gewesen. Da drängt sich ja der Eindruck auf, die Piraten, das sind halt doch diese Leute, die so auf das Internet gucken. Und sobald es darum geht, miteinander sozial zu agieren, da fehlt ihnen einfach, ich sag einfach mal, eine gute Kinderstube, gutes Benehmen. Das Problem ist ein gesamtgesellschaftliches. Und die Piraten sind da auch ein Spiegel. Ich darf an einige Vorkommnisse auf Twitter aus dem Boulevard erinnern, die die letzten Tage gelaufen sind. Das sind Erfahrungen, die haben die Piraten schon hinter sich, die machen andere jetzt auch. Das mit dem guten Benehmen im Netz ist so eine Sache. Denn es ist ein Unterschied, ob bei der elektronischen Kommunikation man seinem Gegenüber, wie wir jetzt direkt gegenüber sitzt, oder ob man quasi am Schirm sitzt. Und dann fehlt manchmal so ein bisschen die Beißhemmung. Dazu muss man sich selber erziehen. Und das ist ein Prozess, der braucht auch Zeit, gesamtgesellschaftlich. Dann ist der Abgeordnete Robert Stein aus Ihrer Fraktion ausgetreten. Wann haben Sie das letzte Mal mit ihm gesprochen? Ich habe mit Robert Stein das letzte Mal gesprochen, auf der letzten Fraktionssitzung vor der Bundestagswahl. Da habe ich versucht, einen Termin zu vereinbaren, zu finden, für ein persönliches Gespräch. Das war mein Bedürfnis, das zu tun, auch seins. Dazu ist es nicht mehr gekommen, weil er vorher ausgetreten ist. Und wenn Sie ihn jetzt auf dem Flur treffen, was sagen Sie ihm? Guten Morgen, Robert. Und sonst nichts? Nein, sonst nichts. Das zeigt doch beispielhaft sozusagen die Situation in der Piratenfraktion, wenn Sie als Fraktionsvorsitzender nicht auf den zugehen und sagen, Mensch, hätten wir nicht noch mal vor einem anderen reden können, warum hat das eigentlich nicht geklappt? Das heißt, da ist der Gesprächsfaden abgerissen. Nein, der ist nicht abgerissen. Wenn ich jetzt auf ihn zugehen würde, dann würde ich seine Entscheidung aus der Fraktion auszutreten ja nicht akzeptieren. Wir akzeptieren das. Wir sagen klar, der Herr Stein hat die Fraktion verlassen und die Tür zugeschlagen. Wir haben allerdings nicht abgeschlossen. Es hat diverse, das muss ich in aller Deutlichkeit sagen, diverse Gesprächsangebote, auch von mir ausgehend, an Herrn Stein gegeben. Denen ist er allen nicht nachgekommen. Herbert Wehler hat mal gesagt, wer rausgeht, muss auch wieder reinkommen. Wird er wieder reinkommen? Das liegt im Ermessen von Herrn Stein. Der Ball liegt in seinem Spielfeld. Haben Sie denn seine Beweggründe verstanden? Seine Beweggründe kann ich nachvollziehen, schwer nachvollziehen. Er hat sich ja, er ist eine Gewissensentscheidung, das hat er gesagt. Und er hat sich an der politischen Ausrichtung der Fraktion gerieben, hat dort ein paar sehr kräftige Schlagworte gebraucht, die man heute eigentlich nicht mehr verwenden sollte, weil sie völlig überholt sind. Aber letztlich muss ich die Entscheidung so akzeptieren. Der hat ja sozusagen einen gewissen Linksdrall in der Fraktion kritisiert. Und hat er da vielleicht einen wunden Punkt getroffen, weil Sie sozusagen die Linken versuchen zu ersetzen im Landtag? Nein mehr. Wir versuchen die Linken mit Sicherheit nicht zu ersetzen im Landtag. Im Gegenteil, was unser Antragsvolumen, unser Arbeitsvolumen angeht, kann man deutlich sagen, unsere Performance nach anderthalb Jahren ist besser als bei den Linken nach anderthalb Jahren. Wesentlich besser. Es geht letztlich darum, dass man Politik heute bewertet nach Gesichtspunkten, nach Trends, nach Entwicklungen. Wenn ich beispielsweise mir eine Kurve angucke und sehe dort die Volumina-Entwicklung bei den Kleinsparern und ich sehe die bei den großen Vermögenden und ich frage mich als kleiner dummer Physiker, der ich nun mal bin, wo laufen die Kurven eigentlich hin? Und da muss man einen Ausgleich schaffen. Wenn das gleich als Links interpretiert wird, dann weiß ich es auch nicht. Dann müssen Sie Herrn Stein fragen, was er darunter versteht. Sie haben die vielen Anträge geschildert, die Sie eingebracht haben bislang in den Landtag. Was würden Sie sagen, ist Ihr größter politischer Erfolg gewesen in den letzten anderthalb Jahren? Da gibt es mehrere. Also zunächst mal der Größte. Das ist schwer zu entscheiden. Wir haben einen Antrag im Haushalt durchgekriegt, wo Rot-Grün gesagt hat, hey, die Idee ist so gut, macht noch eine kleine Änderung und wir stimmen zu. Dem sind wir nachgekommen. Also Stichwort Konsensfähigkeit, auch auf die anderen zugehen, ein Miteinander im Landtag. Ja, aber jetzt muss man natürlich wissen, um was es genau gegangen ist. Es ging um digitale Lernmittel in dem Fall, im Kontext Schule. Das ist etwas, was im Schulausschuss verhandelt wurde. Dazu gab es auch eine Anhörung, wo sich alle Experten eben im Prinzip für unsere Position ausgesprochen haben, wo die Landesregierung bzw. die regierungstragenden Fraktionen dann gesagt haben, hey, das machen wir. Das ist nicht üblich, dass eine Oppositionsfraktion und dazu noch die kleinste in einem Landtag einen Haushaltsantrag durchbringt. Wir haben auf Wiedereinsetzung des Untersuchungsausschusses zur BLB gedrängt. Es gibt Unterausschüsse, die nie protokolliert wurden. Seit wir im Landtag sind, werden die mitgeschnitten und, und, und. Ich könnte Ihnen eine Menge aufzählen. Auch an Impulsen, wo die anderen sagen, ja, euer Antrag ist ja gut, aber dann heißt es wahrscheinlich aus parteipolitischen Gründen, da ist er zu detailverliebt, da ist er zu allgemein, dort zu punktuell. Und dann wundert man sich, wenn ein paar Wochen später Ideen, die die Piraten gehabt und eingebracht haben, in den Anträgen der anderen Parteien wieder auftauchen. Dann kommunizieren Sie das doch einfach. Das kommunizieren wir auch. Aber wir haben an der Stelle auch einen medialen Wirkungsverlust aufgrund der Dinge, die eben im Vorfeld in den letzten anderthalb Jahren passiert sind, ist für uns das nicht so einfach. Wir müssen auch dort unseren Wirkungsgrad erhöhen. Auch das steht auf dem Programm sowohl der Fraktionen als auch des Landes- und des Bundesverbandes der Partei. Nennen Sie mal den Schlüssel, der dann zum Erfolg führen soll. Der Schlüssel zum Erfolg wird sein, dass wir in der Organisation, wir haben im Bundestagswahlkampf beispielsweise als Landesverbände so, die Kampagnenfähigkeit ist wichtig, um in den Medien wirklich durchzudringen. Dazu brauchen wir auch noch Personal. Da müssen wir im Bundesvorstand drüber reden. Wir müssen im Landesvorstand über eine bessere Koordination nachdenken. Aber momentan stehen alle Zeichen auf Zukunft. Im Rheinkreis Neuss wurde am vergangenen Samstag bereits das Kommunalwahlprogramm für 2014 verabschiedet. Wie viele Leute saßen da zusammen? 15? Nein, nein, das waren weitaus mehr. Also wir haben insgesamt 203 Piraten im Landtag und ein Zehntel, in dem Fall etwas über 25 haben da zusammengesessen, natürlich über Internet mit anderen, die noch zugeschaltet waren, kommuniziert. Und es wird in dem Kommunalwahlprogramm das stehen oder steht drin, was von uns zu erwarten ist. Mehr Bürger mit in die Politik nehmen, dort wo es direkt wehtut oder gut tut, nämlich im kommunalen Bereich, bei Stadtentwicklungsprojekten, eine frühere Einbindung, transparent von Stadtratssitzungen, von Ausschusssitzungen. Das sind alles Dinge, die wir uns aufs Tapet geschrieben haben. Nichtsdestotrotz hat man ja immer den Eindruck, die Piraten, das sind doch diese Internetpartei. Ist das im Grunde, weil Sie ja auch bei den Argumenten, die Sie gerade genannt haben, so viele Fäden in die unterschiedlichen Richtungen gezogen haben, die dann auch wieder im Internet zusammenlaufen, ist das nicht im Grunde dann doch ein etwas sehr kleiner Fokus? Nein, also das kann ich ganz deutlich sagen. Das war auch ein Kommunikationsfehler in der Bundestagswahl, wenn ich nochmal daran erinnern darf. Dieser unglaubliche Selbstverrat der westlichen Demokratien, der da aufgetaucht ist, durch Eric Snowden publik gemacht, hat viele Parteimitglieder so entsetzt, dass wir das natürlich als Thema eins im Wahlkampf, hey, da liegt ein Ball auf dem Elfmeterpunkt, wir machen den jetzt rein, nach vorne getragen haben. Wir mussten aber die Erfahrung machen, dass Bürgerinnen und Bürger, die zu Infoständen kamen, zum Teil ganz andere Fragen haben, nämlich die in sozialpolitische Richtung gehen, in Richtung Gemeinwohl, in Richtung Versorgung. Diese Fragen haben wir im Parteiprogramm beantwortet zu einem großen Teil schon. Und zwar hergeleitet aus einer Idee des Netzes, im Sinne, ich würde zum Beispiel nicht sagen, das Internet besteht aus Computern, das sind die Leute, die damit arbeiten. Also das Netz sind eigentlich wir. Und in dem Zusammenhang kann man aus der Netzidee sehr viele schöne Dinge ableiten, die auch in sozialpolitische Reihen gehen. Von daher würde ich nicht sagen, wir sind eine reine Netzpartei. Ich würde sogar sagen, an zweiter Stelle, wir sind eine Nachhaltigkeitspartei. Nachhaltigkeit heißt für uns, dass es drei Säulen gibt, die zu beachten sind, die ökologische, die ökonomische und aber auch die soziale. Das ist genau das Problem, das Sie ja sozusagen jetzt beschrieben haben, dass man den Eindruck hat, ja, die reden so gern über Internet und über Freiheit dort und über Beteiligung, aber wenn es darum geht, wie werden Alte jetzt gepflegt und wie wird das eigentlich vernünftig organisiert, dann steht da zwar was im Programm, aber kommunizieren können das die Führungen und Köpfe erkrauben. Sie haben es zu wenig kommuniziert. Es gab im Bundestagswahlkampf Vorschläge, das zu tun. Dann kam dieses Snowden-Ding, da sind wir selber so mitgerissen gewesen, dass wir im Prinzip den Fokus darauf gelegt haben. Es ist auch immer wichtig, den Fokus darauf zu legen, aber wir hätten eben die anderen Dinge auch mit kommunizieren müssen. Und was ich nach wie vor für das wesentliche Manko unseres Bundestagswahlkampfs halte, wir haben aus Angst, in das Extrem der anderen Parteien zu verfallen, rein personenzentrierten Wahlkampf zu machen, haben wir einen ausschließlich themenzentrierten Wahlkampf gemacht. Da hätten unsere guten Köpfe mehr in den Vordergrund gemusst, um diese Themen eben auch durch eine Person, durch einen Menschen mit Empfindungen, der Vertrauen erweckt, zu transportieren. Was sagen denn die anderen Piraten in den Bundesländern, wenn da Joachim Paul, der mit einer vergleichsweise großen Fraktionsstärke dort im Landtag, in dem bevölkerungsreichsten Bundesland vertreten ist, jetzt analysiert, das ist falsch gelaufen, das ist falsch gelaufen. Sagen die nicht, bringen Sie doch erstmal Ihren eigenen Laden in Ordnung? Nein, das sagen die nicht. Vieles von dem, was ich uns jetzt gesagt habe, ist auch übernommen aus Interpretationen von anderen. Es gibt hervorragende Wahlkampfanalysen von, oder Gedankenäußerungen im Netz von Berliner Abgeordneten aus dem Saarland oder aus Schleswig-Holstein oder auch aus den Bundesländern, wo wir nicht in den Parlamenten sind. Wer ist denn neben Ihnen der andere führende Kopf oder die anderen führenden Köpfe? Der andere führende Kopf, die anderen führenden Köpfe. Also ich kann Ihnen den Michael Hilberer im Saarland nennen, ich kann Ihnen die Leute in Schleswig-Holstein nennen, in Berlin natürlich, Martin Delius ist ein bekannterer Kopf, auch der Christopher Lauer, Katharina Nukun, die auf der Bundesliste für Niedersachsen gewesen ist, die politische Geschäftsführerin ist. Da gibt es eine ganze Reihe. Stefan Körner in Bayern, Bruno Gerd Kramm, jetzt hier bei uns die zehn... Das werden viele Zuschauer sagen. Also einzelne Namen habe ich schon mal gehört, aber die meisten kenne ich nicht. Das genau ist das Problem, dass wir das nicht mehr in den Vordergrund getragen haben. Sie sprechen es direkt an. Das hätten wir an der Stelle tun sollen. Themen durch Köpfe.